TANZER PRAISE AGAIN! Naja, komm, Frau Mann! Ist egal, nimmer! Jetzt diesen schönen Treppenstuhl! Ich hab wieder wenig Platz in meiner... ...in meinem Arbeitsplatz hier! Es ist ja wie im... Was ist denn das da? Oh mein Gott! Der Ton ist ja aus! Gut! So gut! Restart! Also den Hammer drück ich jetzt nicht! Ton an und Action! Oh, oh Scheiße! Entschuldigung! Das nächstes Mal... Ich muss gerade die Mikro ausmachen! Sorry, aber ich hab eben Husten gehabt! Tut mir echt leid! Ich... ... ... Ui ... uu ... uu ... uu ... Hah? Wie Fliege! Wuh, uua ... Was? Wuh! O ... U ... Wuh ... Häh! Wie die Zange! Ui ... Nein, ich muss aber ... ACHTUNG ... Uu ... Sag mal! Es war ... NIT ... es geht doch nicht immer mit seinem Scheiß Kopf da runter! habt ihr das gesehen von dem kopf als erster an die kande ja das packt man das überhaupt ja nicht so machen so ja 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 dankeschön ja noch einer obendrauf es lang danke neue runde okay geht nicht mehr hopp ja geh noch ein ziel schaff ich auf rein ziel ja 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 HAAAAA ÖÖÖÖ TECHNO Heh SOO NEXT ROUND WARTEN Ich hasse Warten Und wie da passiert... Dreh ich noch am grad Zehn Sekunden sind schon rum du du UUUUUU Oooh ja aufjuhop Ich habe kein Punktes an... Ah, ah, ich bin doch noch gar nicht... Oh, das war nervig... ... und man da laufen 10 Minuten... ... 10 Sekunden, 10 Minuten... ... 10 Sekunden warten muss. Wenn ich jetzt wieder feile, dann mache ich's nicht noch... ... und vorne ist auch zu lange... Uuuuh! Uuuuh! Wo muss ich hin? Ah, äh, ja. Wir kriechen wie ne Schnecke. Oh, war die fest. Meine Arme sind gerissen. Boah, hopp. Noch einmal versuchen wir's. Wait, 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 wait. We start the level. Wait, five stars. Press... Oh. Oh, hoff jetzt. Nein, das war mein Fehler. Oh, komm schon, Freunde. Okay, noch einmal, komm. Wait, 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 wait. Restart, restart, the level, level, level. Wait, five, stop. Oh, schon hat man Liedchen singen. Okay, weg. Lass doch gehen, du... Oh, komm jetzt. Next Level, das dauert mir immer zu lange. Ich will keine... Die 10 Sekunden gehen von dem... Von dem, von dieser Ausnahme da ab. Aber dieses Waden. Irgendwie... Toll, Level 1. Oh, es hat sogar einen Hand. Oh, es hat sogar einen Boot. Ohhhh, es hat sogar einen Rang. Ohhhh, es hat noch einen Schlag. Ohhhh, ja. Ohhhh, wir sind da ab. Oh mein GOOOOOOOT Au! Oh! Oh mein Gott! Oh! Das war ja aber doof! Huiii! Geh weg! Huiii! Oh mein GOOOOO- Ach, komm nochmal! Stop! Hör bloß! Huuuuuiiii! Huiiii! So! Superjob! Klaas Remake! Oh komm! Oh! Scheiß Husten! Oh mein Gott! Ja, der Husten, der hört sich ein bisschen künstlich an. Das kommt vielleicht auch, dass man am Hals kratzt. So und... Geh weg! Geh weg von... Pings! Jetzt... Hau! Ja, da lehne ich ja noch. Ja! Okay, weg, 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 weg! Huuuuuiii! Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott! Boah, voll noch drüber gefahren! Was ist denn das jetzt? Fick! Ich hab nichts gesagt! So weiter geht! Ne, hop! Ja! Huiii! Das ist ein geiles Level! War's das? Bitte, war's das? Ohhhh! 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 Ja, slow! Wie soll's denn slow machen? Nein! Ich will nicht sterben! Ich zerstöre jetzt diesen Scheiß Stiel! Hilfe! 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 Ja, was ist denn jetzt? Kann ich jetzt wirklich nichts mehr machen? Oder? Wie sieht's aus? Ah, doch jetzt! Ich hab's rausbekommen! Ja, steckt sie mal am Rücken, oder was? Was kann ich denn jetzt tun? Hm... Hab ich das jetzt auch noch weiter machen? Oh mein Gott! Ja, 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 ja! Hopp! Dann machen wir ein bisschen Gymnastik! Yoga! Hier! Auf! Hier! Ich schaff das! Ja, 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 ja! Geh doch! Fick die! Ich hatte keine Hände mehr! Was ist denn das für ein Scheiß? Oh! Das ist denn nicht Yoga! Hopp! Und die... Bis gleich! Ich bin nicht wieder, ich hab kurz geschnitten, aber eigentlich wäre es ja eigentlich nicht aufgefallen, weil ich ja immer noch so Yoga mache wie vorhin auch. Mein Telefon hat kurz geklingelt, ich entschuldige mich. Ähm, jetzt weiß ich halt nicht wie die Zeit ist. Komm, mach mal jetzt halt bis ich keine Bock mehr habe. Also drei Stunden. Und... Ja, ähm, das Dumme ist, ich hab jetzt keine Hände. Genau, da war meine stehen geblieben. Bei den Händen nun. Und deshalb werde ich sagen, kann ich das jetzt wirklich nicht mehr machen oder... Außer die Füße wegtreten. Ach komm, lass ihn verrecken. Wir machen ein anderes Level. Wir machen ein anderes Level. This is only one I hit. Oh mein Gott! Geh... Jetzt geh die Knache hoch. Also, geh mal das her! Der Kart ist nicht mehr. Witz! Witz! Egal, warte mal. Mal gucken, ob der mich erschießen kann. Nein? Ah! Ach, egal. Ich hab das Ziel geschafft. Ah! Please, give me five stars and play my hotel level. Ja. Oh mein Gott, die Fette! Ja. So sieht's aus, wenn ne Fette... Na gut, ist es eh nicht geschafft, da der Kopf abgerissen ist. Ui! 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 Ein bisschen lauter da... für euch... So! Geil! Oh mein Gott! Hä? Wo muss ich hier dahin? Gar nichts! Achso! Ich muss gar nichts machen! Ich bin also doof... Eheh, im Kopf! Ui! 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 Ja, Leute, wisst ihr was? Ich hab's kapiert! Ach ja, das war wieder ein doofer Fail von mir. Oh, die kann auch Sport aus, sieh doch mal. Und was für ein Sport? Also ich muss zugeben, die kann besser Sport wie ich Sport kann. Witzig gemeint, also egal. So, was rede ich da wieder? Klaus Bre- Nee, aber das will ich nicht. Oh, Slender, Slender. Ich hab Bock mich zu verschrecken. Okay, was soll ich jetzt tun? Slender bei... Ja, das... Okay. What? Well, 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 well. Let's jump the floor first. Okay. Oh mein Gott! Oh, das ist laut und ich... Ihr hört das nicht so laut, weil ich hab die Bock zu... Ach, komm. Ich hab's jetzt einfach laut. Also das ist eine Frau. Weil, wenn man den Arsch sieht, dann müsste man bei einem männlichen Teil auch vorne was sehen. Deshalb müsste es eine Frau sein. Und vom Gesichtsausdruck her müsste es tatsächlich eine Frau sein. Ich muss grad wieder schneiden. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Ähm, leider muss ich jetzt, äh, hier... Stoppen. Denn ich muss wirklich was erledigen jetzt. Ich würde sagen, dieses Level merk ich mir und ich mach heute Abend noch eine Folge. Wie viele Minuten ist es jetzt? Wie viele Minuten? Wo ist denn... Wie viele Minuten läuft das schon? 13 Minuten. Genau, das ist jetzt noch eine Folge. Ich muss nämlich kurz weg. Wenn ich wieder komme, mach ich eine weitere Folge. Also schaltet... Wir haben jetzt halb sieben. Ja gut, dann mach ich... Später noch eine Folge. Wobei... Das ist ja eine ganze Folge. Dann spiel ich das jetzt noch fertig. Dann ist es fertig für heute. Okay, da schreit sie rum. Nein! Schau, ob's langsam da. Oh mein Gott! Ah, das sieht aus wie 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 wie... Berndachs Brot. Oder nein, so wie 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 so ein komisch... Ah, da ist das schlank. Das ist ein Strich. Nicht schlecht. Damn it! Sie ist der Standort. Oh mein Gott. Ah, die Scheiß-Gedermon, die Kante. Oh, Garne. Komm. Mobisten, du Slender. Ich verschrecke mich nicht von dir. Warum soll ich mich verschrecken? Komm zu mir. Ich verschrecke mich nicht. Komm her. Boah, dann musst du so einen Berg rauf fahren. Ähm, Leute. Hallo. Was ist einfach ein Scheiß? Stopp! Handbremse. Das ist ein Scherz. Oh Gott! Ja, das kenne ich halt schon. Das ist nicht mehr erschrecklich hier. Ja, schön für dich. Jetzt muss ich Gas geben. Oh, da habe ich da einfach halten müssen. Nein, ist mir jetzt egal. Klopfer weiter. Kommt doch gar nicht rauf. Was ist einfach ein Scheiß? Oh, fahr. Jetzt fahr. Oh mein Gott. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was für ein Kack jetzt hier. Was war's auch klar? Dunkel und müssen wir kreischen. Was war's auch klar? Nein! Oh! Gut, das war's heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es heiß ist. Happy Wheels! Untertitelung des ZDF, 2020